Liebe Schulgemeinschaft, heute feiern wir einen ganz besonderen Tag. Die Deutsche Schule Lissabon wird 175 Jahre alt und von Herzen sage ich herzlichen Glückwunsch Deutsche Schule Lissabon, mit Freude präsentieren wir heute unser Jubiläumslogo. Dieses Symbol, das den besonderen Geburtstag der Schule repräsentiert, wird uns durch das ganze festliche Schuljahr begleiten. Blicken Sie gemeinsam mit mir auf ein spannendes Jahr voller Projekte. Das Highlight unseres Jubiläumsjahres wird schließlich die große Feier am Ende des Schuljahres sein. Neben dem Festakt eröffnen wir eine audiovisuelle Ausstellung. Dort werden Sie Ausstellungsstücke aus dem Archiv, Videointerviews, Objekte und Dokumente unserer Alumni, aber auch aktuelle Schülearbeiten bewundern können. Ich freue mich auf ein Jahr voller Erinnerungen, Festlichkeiten und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Auf ein wundervolles Jubiläumsjahr, liebe Schulgemeinschaft und liebe Freunde der DSL. Ein Wundervolles Jubiläumsjahr Ein Wundervolles Jubiläumsjahr Ich freue mich auf ein Jahr und das ganze Zeit gefällt uns auf Milch und Dokumente des Flecke, Ich freue mich auf die Made für den Weg eigentlich auf eins. Ich freue mich auf die Mömerung,